Der Classic Run Rebound ist das Update von unserem Integer Rebound. Hier haben wir jetzt konsequenterweise den Schaft aus dem Classic, der sehr hochwertige Eigenschaften besitzt, verbunden mit dieser tollen Mittelsohle aus einem hoch Rebound-fähigen Polyurethanschaum. Das ist ein knackiger, dauerlastischer Schaum, der sich zum Laufen geradezu anbietet. Obwohl das Material etwas schwerer ist, ist es dieses Mehrgewicht auf jeden Fall wert, weil der Schuh dadurch einzigartig federt und dämpft und das auf einen sehr langen Zeitraum bezogen. Toller Schuh, tolles Lauferlebnis, sollte man sich mal gegönnt haben. Viel Spaß damit!